Good morning Europe! Heute in unserem Erklärvideo, was macht eigentlich ein Europaabgeordneter und wie sieht so unser Tagesablauf aus? Grundsätzlich ist es so, dass wir hier in Straßburg oder in Brüssel zwischen Montag und Donnerstag unsere Sitzungen haben. Hier in Straßburg die Plenarsitzung. Da geht es morgens etwa um neun mit den Sitzungen los, geht bis abends spät um elf. Aber natürlich hat man drumherum viele Termine, Frühstücksitzungen, mittags noch mit irgendwem, dazwischen vielleicht auch manchmal während der Sitzungen. Und so ist eigentlich der ganze Tag voll, wenn man hier in Straßburg ist. Ziemlich voll und in Brüssel eigentlich ganz ähnlich. Da haben wir unsere Ausschusssitzungen und Fraktionssitzungen und die sind auch so von neun bis 19 Uhr und drumherum eben auch viele Termine. Gespräche mit anderen Abgeordneten Sitzungen, in denen wir versuchen, Entscheidungen zu treffen oder auch eben einfach nur voranzukommen. Und wenn ich nicht in Brüssel oder Straßburg bin, dann bin ich natürlich in meinem Wahlkreis oder Wahlregion Norddeutschland, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen viel unterwegs. Auch in Berlin mit dem Bundestagsabgeordneten mal reden oder eben auf Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen bin als Abgeordneter auf Parteitagen und so weiter. Das heißt also viel unterwegs, aber auch viel zu tun. Wir haben eigentlich fast jede Woche Sitzungswoche und das ist im Grunde genommen, was ich hier so mache. Also bis zur nächsten Folge.